Hallo ihr Lieben und Willkommen zu diesem Video. In diesem Video heute möchte ich euch zeigen, wie ihr meinen interaktiven Pagestyle Nummer 1 bastelt. Anders als ihr es vielleicht aus anderen Videoanleitungen kennt, bastel ich meine interaktiven Mini-Alben nämlich nach so einem Mix & Match System. Und bei diesem System könnt ihr aus bis zu 50 interaktiven Seiten eure Seiten auswählen und dann beliebig in eurem Album kombinieren und natürlich auch dekorieren. Und die Erstellung eines interaktiven Mini-Albums ist wirklich viel einfacher als man denkt. Das heißt, auch als Anfänger könnt ihr ohne Probleme so ein interaktives Album nachbasteln. Und wie genau das geht, zeige ich euch natürlich Schritt für Schritt in meinen Anleitungen. Wie ihr im ersten Schritt das Albumcover und in den folgenden Schritten die Bindung und die Basisseiten bastelt, habe ich euch bereits in anderen Videos gezeigt. Und heute wollen wir mit Schritt 4 weitermachen. Und zwar zeige ich euch, wie ihr den ersten interaktiven Pagestyle bastelt. Denkt aber daran, das Ganze ist ein Mix & Match System. Das heißt, ihr sucht aus euren Pagestyles eure interaktiven Seiten aus. Das heißt, ihr müsst diesen Pagestyle Nummer 1 überhaupt nicht in eurem Album verwenden und ihr müsst ihn auch nicht als erstes verwenden. Das heißt, ihr könnt ganz beliebig wählen, welche Pagestyles ihr in eurem Album benutzen möchtet und dementsprechend natürlich auch die entsprechenden Videoanleitungen schauen. Und falls ihr neu auf meinem Kanal seid, dann empfehle ich euch auf jeden Fall vorab erst mal dieses Video, das ich euch jetzt rechts oben in der Ecke verlinke. Ihr findet es natürlich auch in der Infobox. In dem Video erkläre und zeige ich euch, wie ihr mit diesem Mix & Match System arbeiten könnt, was ihr damit machen könnt und was ihr dafür braucht. Und damit würde ich dann auch mit dem Video für heute starten. Und als erstes möchte ich euch natürlich zeigen, wie der interaktive Pagestyle, den wir heute in diesem Video zusammen basteln, aussieht. Und wie ihr sehen könnt, ist mein erster Pagestyle so eine Tasche mit einer Klappe und verschlossen wird das Ganze mit dieser Schnur und den zwei Ösen, die auf der Tasche und auf der Klappe liegen. Und auch wenn ihr, wie gesagt, aus diesen 50 verschiedenen interaktiven Seiten beliebig eure Seiten wählen und auf jede beliebige Seite im Album platzieren könntet, muss ich sagen, dass ich hier diesen ersten Pagestyle besonders gerne für die Innenseite des Album Frontcovers oder auch der Album Rückseite verwende. Ihr könnt nämlich in dieser Tasche wirklich alles Mögliche aufbewahren. Also ihr könntet hier einfach ein paar Fotos einstecken, die ihr nicht ins Album kleben wollt. Ihr könnt aber auch solche Geschenkanhänger basteln und da reinstecken, das seht ihr jetzt auch hier gerade. Oder diese Fotomatten und Fotobüchlein, also die dann auch noch mal mit Musterpapier dekoriert sind, auf die ihr dann auf die Rückseite oder eben in dem Büchlein eure Fotos kleben könnt. Also wie gesagt, es ist definitiv eine meiner Lieblingsseiten, die ich immer und immer wieder verwende und falls ihr schon länger auf meinem Kanal seid, dann wisst ihr das wahrscheinlich auch. Es gibt nämlich ganz viele Videos, in denen ich euch Alben zu verschiedenen Themen und Anlässen zeige und ja, bei den meisten Alben habe ich wirklich diese erste Seite auch wirklich als erste Seite, nämlich auf der Innenseite des Covers verwendet. Und damit können wir jetzt mit den entsprechenden PDF-Anleitungen für die Albumgröße, die wir ausgewählt haben und den dazugehörigen Schablon direkt loslegen. Und zwar indem ihr natürlich als erstes die Musterpapiere, den Cardstock und die Graupappe entsprechend der Maßangaben in der PDF-Anleitung richtig zuschneidet. Und damit ihr dieser Videoanleitung noch besser folgen könnt, empfehle ich euch beim Zuschneiden jedes Element mit dem richtigen Buchstaben zu beschriften. Die Bezeichnung für die Elemente findet ihr ebenfalls in der PDF-Anleitung und auf den Schablon. Einige der Cardstock-Elemente müssen nicht nur zugeschnitten, sondern auch gefalzt werden. Wenn ein Cardstock-Element gefalzt werden muss, dann findet ihr dazu die Information direkt neben den Maßangaben. Und zwar ist die Seite, an der gefalzt werden muss, immer entsprechend fett markiert. Zusätzlich könnt ihr aber auch die Schablonen verwenden. Anhand dieser Schablonen könnt ihr nämlich ganz genau sehen, wie euer Cardstock aussehen muss, das heißt, wie es gefalzt und zugeschnitten werden muss. Und nachdem ihr jetzt alle Cardstock- und Musterpapierelemente zugeschnitten und gefalzt habt, könnt ihr euer Klebeband aufbringen. Und zwar wird das Klebeband auf jedem Cardstock-Element direkt neben eure Falzmarkierung, also neben diese Falzlinie geklebt. Ich verwende dafür am liebsten Klebeband in der Breite von 3,8 Inch. Wenn ihr aber nur Klebeband in der Breite von einem halben Inch da habt, dann könnt ihr das auch verwenden. Achtet allerdings darauf, dass ihr das Klebeband wirklich nur direkt neben die Falzmarkierung kleben wollt und nicht über die Falzmarkierung. Und wie ihr hier sehen könnt, klebe ich das Klebeband auf die Vorderseite der Cardstock-Elemente, das heißt, auf die Seite, die beschriftet ist und die Seite, auf der ich auch gefalzt habe. Also ihr müsst euer Cardstock hier nicht umdrehen, sondern es einfach auf der gleichen Seite aufkleben. Nach dem Aufkleben des Klebebands müsst ihr jetzt noch die Ecken zuschneiden. Dazu drehe ich jetzt meinen Cardstock gerne um, dann kann ich die Falzmarkierung ein bisschen besser sehen und dann schneide ich mit einer kleinen Schere die Ecken in einem Winkel direkt neben der Markierung ab. Und auch hier wollt ihr nicht in die Falzmarkierung schneiden, sondern wirklich nur direkt daneben die Ecken abschneiden. Und jetzt könnt ihr diese Laschen, die wir durchs Falzen erstellt haben und die jetzt mit Tape beklebt sind, nach hinten knicken. Das heißt, das wollt ihr auf der Rückseite machen, sodass ihr das Tape immer noch sehen könnt. Und dafür benutze ich immer gerne noch ein Falzbein, damit ich das wirklich glatt streichen kann und das wirklich gerade umgeknickt ist. Im nächsten Schritt könnt ihr auch schon euer Musterpapier auf die Cardstock-Elemente kleben. Das heißt, ihr klebt Musterpapier A auf Cardstock-Elemente A und Musterpapier B auf Cardstock-Elemente B. Und zum Aufkleben von Musterpapier verwende ich in der Regel immer Flüssigkleber, weil ihr mit Flüssigkleber einfach noch so ein paar Sekunden Zeit habt, um euer Musterpapier in die richtige Position zu bringen. Und je nachdem, welchen Kleber ihr verwendet, ich würde euch natürlich empfehlen, hier auch einen sehr starken Kleber zu verwenden, braucht ihr auch wirklich nicht viel Kleber, um euer Musterpapier aufzukleben. Also wie ihr sehen könnt, platziere ich meinen Kleber eigentlich nur so am Rand entlang und ja, das reicht in der Regel schon. Und am besten nehmt ihr auch hier wieder euer Falzbein und streicht das Ganze gut glatt, damit das wirklich gut haftet. Im nächsten Schritt müssen wir unsere Ösen oder ihr könnt alternativ auch Musterklammern verwenden auf den Cardstock-Elementen anbringen. Und dafür nehme ich mir erstmal mein Lineal, um die Mitte der Cardstock-Elemente auszumessen, also die Position, auf der ich die Ösen anbringen möchte. Und mit Mitte meine ich hier wirklich nur die Mitte von den Seiten aus. Ob ihr die Öse dann etwas weiter unten oder etwas weiter oben auf der Tasche aufbringt, ist euch überlassen. Wie ihr sehen könnt, benutze ich hier auch wieder mein Lineal und mache die Markierung ungefähr bei einem halben Inch von dem Rand des Cardstock-Elements, also von der Öffnung der Tasche aus entfernt. Und natürlich müsst ihr das Gleiche dann auch für die Klappe der Tasche ausmessen, also für Cardstock-Element A. Auch hier nehme ich wieder mein Lineal und dann messe ich auch wieder ungefähr einem halben Inch vom Rand und dann die Mitte von den Seiten aus. Jetzt braucht ihr natürlich noch irgendein Werkzeug zum Setzen der Ösen. Ich verwende jetzt hier die Big Byte von We Are Makers und dann benutze ich als erstes die Lochfunktion, weil wir als erstes an die Stelle der Markierung jeweils auf beiden Cardstock-Elementen Löcher stanzen müssen. Und dann verwende ich am liebsten hier diese größeren Ösen. Ihr könnt aber auch, wie gesagt, Musterklammern oder kleinere Ösen verwenden und das werde ich euch gleich im Anschluss auch noch mal kurz zeigen. Wenn ihr aber wie ich diese großen Ösen verwenden möchtet, dann achtet darauf, dass ihr jetzt euer Werkzeug richtig eingestellt habt und hier wollt ihr jetzt die Ösen wirklich nur ganz locker befestigen. Das heißt, ihr drückt euer Werkzeug nicht komplett zusammen oder komplett nach unten, sondern ihr wollt die Öse nur ganz leicht befestigen, sodass sich das hinten auf der Rückseite nur ein bisschen umbiegt und die Öse immer noch beweglich ist. Wenn ihr die Ösen nämlich nur so locker setzt, habt ihr noch zwischen dem Ösenkopf, sag ich mal, also inzwischen dem großen Teil der Öse und dem Cardstock ein bisschen Platz und diesen Platz braucht ihr, um gleich eure Schnur drum zu wickeln. Und befestigt wird die Schnur auf Cardstock-Element A, also auf der Klappe der Tasche. Das heißt, Cardstock-Element B können wir jetzt direkt schon in die richtige Position bringen und wie gesagt, dafür verwende ich hier ein breites Stück Klebeband und klebe es einfach hinter die Öse, also auf die Rückseite der Öse im Inneren der Tasche auf und damit bleibt die Öse dann auch wirklich in der richtigen Position stehen. Jetzt könnt ihr auch schon beide Cardstock-Elemente auf eure Basisseite kleben und als erstes klebe ich die untere Seite der Tasche, also des Cardstock-Elements B, auf und dafür entferne ich die Schutzfolie vom Klebeband erst mal nur bis zur Hälfte und knickt das so ein bisschen zur Seite, weil dann könnt ihr ganz gut diese nicht klebrige Seite, also die Seite, auf der die Schutzfolie noch komplett drauf ist, verwenden und mit dem, mit der Basisseite ausrichten. Das heißt, ihr könnt gucken, dass das wirklich gerade am Rand liegt und die klebrige Seite haltet ihr dabei einfach nach oben, bis ihr die richtige Position gefunden habt und dann könnt ihr das nach unten drücken und festkleben und den Rest des Klebebands beziehungsweise der Schutzfolie abziehen. Und nachdem ihr die untere Seite des Cardstock-Elements aufgeklebt habt, könnt ihr das dann einfach nach unten klappen und auch die Schutzfolie von den Seiten der Tasche entfernen und das Ganze dann einfach nach oben klappen und gerade aufkleben. Genauso mache ich es auch mit der Klappe der Tasche, also ich entferne wieder die Schutzfolie nur bis zur Hälfte und knicke sie zur Seite und dann nutze ich die nicht klebrige Seite, um das Ganze an dem Rand der Basisseite auszurichten und sobald ich die richtige Position gefunden habe, kann ich das dann festkleben und den Rest der Schutzfolie abziehen. Jetzt müssen wir natürlich noch die Schnur befestigen und das mache ich, indem ich die Schnur oder das Ende der Schnur von außen nach innen durch die Öse auf Cardstock-Element A ziehe. Dann nehme ich ein kleines Stück Klebeband und klebe es direkt neben die Rückseite der Öse und hier drauf könnt ihr dann die Schnur kleben, das heißt das Ende der Schnur einfach festdrücken und dann klebe ich ein zweites Stück Tape über das Ende der Schnur und auch über die Rückseite der Öse und drücke damit die Öse so nach oben, dass sie halt, wie ich gerade erklärt hatte, so ein bisschen nach oben steht und ich diesen Abstand zwischen der Öse und den Cardstock habe. Und wie ihr hier sehen könnt, habe ich meine Schnur noch nicht zugeschnitten. Ich mache das immer ganz gerne, dass ich die Schnur, nachdem ich sie aufgeklebt habe, einfach drei oder vier Mal um die Ösen wickele und dann gucke, dass noch ein Stück von dem Ende der Schnur unten runterhängt und das dann an dieser Stelle abschneide. Jetzt möchte ich euch, wie versprochen, noch kurz ein paar Alternativen zur Verwendung der großen Ösen zeigen. Für die erste Alternative könnt ihr ganz einfache Ösen verwenden, also nicht diese extra großen, sondern diese ganz normal großen. Und dann braucht ihr noch ein Stück Cardstock, den ihr als Kreis, als größeren Kreis zuschneidet. Ich verwende dafür immer ganz gerne so eine Stanzform oder einen Handstanzer mit einer runden Form, die aber noch so einen gewählten Rahmen hat. Und in diesem Kreis aus Cardstock müsst ihr dann genau in die Mitte ein Loch stanzen. Dann könnt ihr die Öse da reinstecken und das Ganze an eurem Cardstock-Element an der Klappe und an der Tasche befestigen. Und auch hier wollt ihr das Ganze wieder sehr locker befestigen und nicht komplett runterdrücken, sodass die Öse immer noch beweglich ist. Und bei dieser Alternative würde ich jetzt vorschlagen, dass ihr das Band nicht durch die Öse zieht und dann auf der Rückseite des Cardstock-Elements befestigt, sondern ganz einfach ein- oder zweimal um die Öse wickelt, also unter dem Cardstock-Kreis um die Öse wickelt und dann einen Knoten da reinmacht. Dann habt ihr nämlich auch den Vorteil, dass der Cardstock zumindest für die Klappe, also für Cardstock-Element A, so ein bisschen wieder diesen Abstand von dem Kreis hat. Wenn ihr gar keine Ösen da habt, sondern lieber Musterklammern verwenden möchtet, dann könnt ihr das genauso machen. Das heißt, auch hier braucht ihr wieder ein rund zugeschnittenes Stück Cardstock und dann die Musterklammer, die ihr durch die Mitte des Kreises steckt und dann auf der Rückseite einfach umklappt. Ich finde es allerdings bei der Alternative mit der Musterklammer und dem Kreis aus Cardstock nicht ganz so einfach, die Schnur drum zu wickeln, weil das Ganze doch noch ein bisschen flach ist und nicht so optimal nach oben steht. Deswegen habe ich noch eine dritte Alternative für euch. Hier braucht ihr allerdings jetzt auch wieder eine Öse und zwar eine einfache Öse, eine Musterklammer und das Cardstock-Element in der Kreisform. Und dann müsst ihr die Musterklammer auch wieder durch das Loch auf dem Cardstock-Kreis, dann aber auch zusätzlich durch eine normale Öse und dann durch das Loch auf dem Cardstock-Element stecken. Dabei müsst ihr nur darauf achten, dass ihr ein kleines Loch in das Cardstock-Element stanzt. Ihr wollt nämlich nicht, dass die Öse komplett durchpasst, sondern dass sie wirklich nur so als Platzhalter zwischen der Musterklammer und dem Cardstock liegt. Und dann könnt ihr die Enden der Musterklammer wieder ganz normal auf der Rückseite des Cardstock-Elements umklappen. Und dann müsst ihr nur noch auf die Rückseite von Cardstock-Element A bzw. die Innenseite dieser Klappe das Musterpapier A aufkleben und dafür benutze ich auch wieder Flüssigkleber. Und wie gesagt, wenn ihr einen starken Flüssigkleber benutzt, dann reicht es auch, wenn ihr das nur am Rand auftragt. Ich mache es jetzt hier ein bisschen mehr. Ja, und dann könnt ihr das aufkleben und wieder gut feststreichen. Und im letzten Schritt wird auch die Basisseite mit Musterpapier bedeckt. Dafür nehmt ihr auch wieder ganz einfach das Musterpapier für die Basisseite und etwas Flüssigkleber und dann könnt ihr das Papier so ein bisschen in die Tasche reinstecken und so aufkleben, dass ihr auch hier wieder einen ebenmäßigen Rand um das Musterpapier herum habt. Und damit ist dieser erste Page-Style auch schon fertig und ihr könnt jetzt natürlich in die Tasche einfach eure Fotos stecken oder aber Fotomatten oder diese Geschenkanhänger, die ich gerne bastel. Und falls ihr jetzt noch mehr interaktive Elemente benutzen wollt, und zwar auf dieser Seite, dann schaut euch doch gerne mal mein Add-on-Styles-Paket an. In diesem Paket findet ihr nämlich 30 verschiedene Ideen für Add-on-Styles und selbstverständlich gibt es dazu auch die passenden Anleitungen und Schablonen. Und Add-on-Styles sind kleinere interaktive Elemente, die ihr zusätzlich in euren Taschen oder Boxen oder Einsteckfächern in euren Mini-Alben oder Foliens verwenden könnt. Und bei den Add-on-Styles war es mir wichtig, dass ich euch zeige, welche verschiedenen Verschlussarten es gibt, weil ich finde, dass gerade die verschiedenen Verschlüsse ein Album sehr interaktiv machen können. Das heißt, ihr findet in diesem Paket nicht nur Add-on-Styles mit Magnet-Verschlüssen oder Klett-Verschlüssen, wie ihr es aus vielen meiner interaktiven Page-Styles kennt, sondern es sind auch welche dabei mit Druckknopf-Verschlüssen oder aber auch mit so einem Schiebemechanismus. Ursprünglich habe ich dieses Paket erstellt für meinen Folio-Style Nummer 4 und zwar ist mein Folio-Style Nummer 4 ein Folio mit einer großen Box in der Mitte und da sind diese Add-on-Styles wirklich perfekt. Aber in letzter Zeit verwende ich sie auch sehr gerne und immer häufiger in meinen interaktiven Mini-Alben. Das ist natürlich optional, aber ich verlinke euch jetzt hier einmal oben rechts die Playlist zu den Add-on-Styles und freue mich natürlich, wenn ihr vorbeischauen wollt. Und damit würde ich mich dann auch für heute verabschieden und ihr könnt natürlich jetzt mit der nächsten Videoanleitung weitermachen, das heißt mit der nächsten interaktiven Seite, die ihr in eurem Mini-Album verwenden möchtet. Und falls euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und mir euer Feedback in die Kommentare schreibt und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!